hallo liebe leute wir sind hier in der trostlosen weide und zwar hinten und zwar hier hinten in dem staubiger minenschachten der nähe und unterhalb von vergrabenen hallen hier ist der stützpunkt verschlechter aussichtspunkt hier runter in die ecke reiten und den 18 schreit euch ich bedanke mich sind das nächste video